Es ist gleich halb zwei, auch für drei, gar nicht so schlimm, heute am Montag nachmittag der schnellste Verkehr, sowieso ist der jetzt mit Klaus Gästenbach. Eine einzige roten Strecke hat wir auf der Verkehrskarte entdeckt, das bedeutet 10 Minuten Marktenzeit am Weg Richtung Passau, auf der Deutschen Abreihe, kurz nach der Grenze bei Sumi, der Grundnach für Grenzkontrollen. Hier ist eine Musikshow. Was gibt es auch? Was ist egal? Ich höre Musik in so ziemlich jeder Situation. Das motiviert einen, mal kommt ein Schwung, ja, fühlt sich gleich viel schneller. Für drei, aber gut, dann. There are many things I wish I hadn't done. There are many hearts I wish I hadn't touched. There are many lies I wish I had lived.